Wir begrüßen Sie zur Wintergesellenabschlussprüfung im Tischlerhandwerk 2023 der Heinrich-Metzendorf-Schule in Benzheim. Teif Roblewski hat als Gesellenstück eine Beistellkommode aus Esche geplant und selbst hergestellt. Das Stück besteht aus einem weiß lackierten Korpus aus mitteldichter Faserplatte und einem umschließenden Gestell aus Esche. Im Korpus befindet sich ein Schubkasten handgezinkt mit einem Vollauszug versehen. Der Schubkastenvollauszug wurde platzsparend in die Schubkastenseiten eingefräst. Die Klappe wurde mit einem Klappenscharnier versehen und korpusbündig angeschlagen. Das Gestell besteht aus vier Beinen, die in der Tiefe abgeschrägt sind. Die obere und untere Ablage wurde von Thai mit einem klassischen Flechtwerk selbst hergestellt. Das Flechten hat sich Thai selbst angeeignet. Das Vollholz wurde mit einem Hartöl veredelt und der Korpus mit einem Wasserlack weiß lackiert. Wir wünschen Dir zur bestandenen Gesellenprüfung alles Gute und viel Erfolg auf Deinem weiteren Lebensweg. Dein Lehrerteam Holztechnik